Sie sind hier, 17. September 2018, 11.17 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Bundestrainer Henrik Rödel, rechts bespricht sich mit Dennis Schröder, Urheberrecht, Getty Images, die Qualifikation für die WM haben die deutschen Basketballer in der Tasche. Für Bundestrainer Henrik Rödel kein Grund nachzulassen. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Basketball-WM in China, 31. August bis 15. September 2019, hofft Bundestrainer Henrik Rödel auf weitere Siege. Wie man diese Runde abschließt, spielt eine Rolle bei der Setzung, sagte der 49-Jährige nach dem entscheidenden Erfolg über Israel in Leipzig 112 zu 98 N.V. V. Dementsprechend wird jedes Spiel genauso ernsthaft angegangen wie bis jetzt, für die Auswahl des Deutschen Basketballbundes DBB stehen noch vier Qualifikationsspiele auf dem Programm. Zweimal geht es gegen Griechenland, je einmal gegen Estland und Israel. Voraussichtlich werden die NBA-Profis dann fehlen, weil ihre Saison geläuft. Wir wollen versuchen, weiter zu gewinnen, macht auch zu viel Spaß, sagte Rödel, es gibt auch keinen Grund, in irgendeiner Form nachzulassen. Wir wollen versuchen, weiter an dem Geist zu arbeiten, den wir haben. Deutschland führt Gruppe an, Deutschland führt die Gruppe L vor Griechenland, beide 16 Punkte, Serbien, 13, Georgien, Israel, beide 11 und Estland an, 10. Auch die Griechen haben ihren Platz für China sicher, Tschechien, Gruppe K hat es ebenfalls bereits geschafft. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017